Leistung ist das Ergebnis von Leidenschaft und Beharrlichkeit. Wir bei BASS vertrauen darauf, jeden Tag etwas bewegen zu können. Uns als Spezialist für Innengewindetechnik verbindet die Überzeugung, dass wir unsere hochpräzisen Produkte täglich weiterentwickeln können. Und das seit 1947. Es sind die BASSianer, die den Unterschied machen und an den Produkten von morgen arbeiten. Gemeinsam finden wir Lösungen, auch für anspruchsvolle Herausforderungen. Zusammen meistern wir selbst höchste Anforderungen aus Automobil- und Flugzeugbau oder Medizintechnik. Außergewöhnliche Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten verbindet eine gewinnbringende Partnerschaft. Wenn am Ende einer langen Produktionskette leerenhaltige Gewinde zum Erfolg fehlen, zahlen sich die Erfahrung und Detailliebe von BASS aus. Unsere Werkzeuge stehen für hohe Standzeiten und sichere Prozesse. Hochpräzise Messsysteme bestätigen durchgehend das hohe Niveau unserer Fertigung, das Ergebnis von qualifizierten Mitarbeitern und modernem Maschinenpark. Präzision bestimmt unser tägliches Handeln. Es ist Teil unserer DNA. Uns verbindet die Überzeugung, dass Höchstleistungen nur unter besten Rahmenbedingungen möglich sind. Bereits in unserer Salzbad-Härterei legen wir den Grundstein für hervorragende Gewindewerkzeuge. Modernste Verfahrenstechniken, gepaart mit dem unbedingten Willen, unser Potenzial für unsere Kunden voll auszuschöpfen, prägt uns und unsere Produkte. Durch effiziente Arbeitsabläufe können wir wirtschaftliche Lösungen auch in kürzester Zeit realisieren. Dabei sind zufriedene Mitarbeiter Mittelpunkt und Triebkraft unseres Leistungsvermögens. Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, ist ein Teil von uns. Was Leistung verbindet Was Leistung verbindet Was Leistung verbindet Was Leistung verbindet Was Lambda Was Leistung verbindet Wasяет Waselin